Der Gebrauchstest von dieser Kabelaufrollautomatik ist einer von den vielen gründlichen Tests, wo der Satrap Concorde Staubsauger von Coop einwandfrei bestanden hat. Ja, und übrigens guten Abend miteinander. Der leistungsfähige und formschöne Staubsauger Satrap Concorde bietet Ihnen wirklich alle Vorteile. Dank dem Gelenk, das rundherum beweglich ist, können Sie bequem Staubsauger ohne den Schlitten immer zu verstellen. Der Schlittenstaubsauger Satrap Concorde von Coop hat für den Teppich eine drehbare Pedalodyse mit einer speziell grossen Auflagefläche. Und so einfach ist das Umschalten auf Bürste für die harten Böden. Und jetzt noch schnell schauen, ob es einen neuen Staubsack braucht. Und so einfach wechselt man den Staubsack aus. Und so praktisch ist es auch mit dem Staubsauger Satrap Concorde ein Steigen zu saugen und Sie können so auch sehr platzsparend versorgen. Der leistungsstarke Staubsauger Satrap Concorde kommen Sie jetzt in allen Coop-Center und Coop-Warenhäuser über zu einem Preis, der für die Qualität erstaunlich ist. Ja, und weil jetzt ja gerade die richtige Zeit ist für die Frühlingsputzenden, da haben wir Ihnen noch ein paar ganz nützliche Tipps, die Ihnen die Arbeit wirklich sehr erleichtern, nämlich Markenprodukte, die Sie jetzt bei Coop zu sehr günstigen Preisen bekommen. Zum Beispiel Meister Proper, der Allzweckreiniger mit Citrusduft. Oder Claw WC von Sipuro, der hochaktive WC-Reiniger. Der Vega WC ist der gründlich flüssig sofort Reiniger. Und das sind die beliebten Coop-Produkte, Sida-Putzpulver mit Aktivblau, der milde Suso-Schaumreiniger und der Ara-Glasreiniger mit Aktivkraft. Sie sehen, bei Coop kommen Sie alles über für einen richtigen Frühlingsputz. Ja, jetzt hoffen wir aber nur, dass Sie ihn ja eigentlich schon hinter sich haben. Aber jetzt wünschen wir vorläufig mal noch einen schönen Abend. Ja, und achten Sie noch auf die Aktionen, die gerade kommen, das lohnt sich. Der Staubsauger Concorde, den wir Ihnen vorgestellt haben, gibt es bei Coop für nur 239 Franken. Und bis am nächsten Dienstag 500g Jubilor-Bohnenkaffee statt 6,70 nur 5,80. Und 250g statt 3,60 nur 3,10. 250g Café du Connoisseur nur 3,30. 250g Bonsoir koffeinfrei nur 3,10. Und 100g Hinderschinken nur 1,60 Franken. Ein Flakon Baby Shampoo Palmolive statt 3,20 nur 2,30. Ein Flakon Timotei statt 3,40 nur 2,70. Einturbe Aktiv Shampoo Normal oder Herbal statt 5,95 nur 4,95. Zwei Dosen Spargelspitzen Mondial statt 3,60 nur 2,90. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Auf Wiedersehen. Zeit zurück. Zwei Dosen Spargelspitzen Mondial ب